Dieser Junge verdient mehr als eure Eltern zusammen. Okay, let's go. Doch, immer Bock mit dem Video, let's fucking go. Diesen Video. Let's go, baby. Nein, oh mein Gott. Fuck. Boom. Let's go, baby. Das ist nicht dein Herz, Kevin. Digga, was, man? Boom, ich hab. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Und abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Was war das für eine Stimme? Jo, weiss poppin', dudes. Freunde, was geht ab? Ich kann mit meinem Controller die Maus steuern. Okay, lass uns schauen, was passiert, Jungs. Ich hab die Bildschirmtastatur rechts aufgemacht. Ich glaube, wir müssen einsehen, dass es nicht funktionieren wird. Ich hab's getried, ich muss sie hin. Let's go, baby. Boah, Junge, Speedrunning ist so fucking fun. Ich liebe es, Chad. First try, baby. Hier verkack ich immer. Aber diesmal nicht, Chad. Diesmal first try. Da fällt mir ein, Chad. Das ist was. Da wollte ich ja auch mal einen Speedrun machen in Legend of Zelda. Wisst ihr noch? Oh nein, Stern vergessen. Epic Fail. Epischer Vielschlag. Menschen, die Wasserlevel mögen, die essen auch kleine Kinder. So, jetzt gibt er einen Schwanz her, mein Junge. Nein, nein! Also Wasserlevel sind echt immer die... Das ist einfach immer der Pain, wirklich. Let's go, baby! Ein paar Sekunden später. Gott. Ich halt einfach mein Maul jetzt. Scheiße, auf keiner will mich reden. Hören gerade. Ja. Kann man das eigentlich auf der Switch machen, bei der neuen Edition? Kann man theoretisch auch mit der Switch spielen? Oder muss man mit der Wii U? Nee? Okay. Nice. First try, baby. Das war vermutlich ein Bug im Game. Ja, ja. Wahrscheinlich. Interessieren mich sehr für Aktien. Versteht mich nicht falsch, Dicke. Aber wer Aktien mit Z schreibt, sollte vielleicht warten noch ein paar Jahre, Dicke. Das ist ein schwieriges Wort, ne? Jungs, das war crispy clean, Alter. Der Boy ist immer crispy clean. Boah, eigentlich müsste man jetzt einfach verkacken, damit alle enttäuscht sind. Weird. Zwei Stunden später. Nicht so cool. Oh mein fucking Gott! Was soll das? Nice. Cock. Nice. Das ist nicht der, der hat Kevin. Ich bin ziemlich guter Dinge, dass ich es jetzt schaffe. Ist plus 30 gut oder schlecht? Na ja, plus. Wir haben Profit gemacht. Wir haben 30 Sekunden Profit gemacht, bedeutet das. Rot ist die Farbe, die signalisiert, dass er was gut ist. Eigentlich überall. Dicke, der Gaff? Nein, das ist nicht gut. What the fuck? Was ist Red Tube? Als ob das eine Pornsite ist. Wer guckt denn bei Red Tube? Fuck, bro. Das ist mir sowieso immer mystisch. Es gibt so zwei oder maximal drei Porn Sites. Und alle anderen, die auf diesen anderen 5000 weirden Sites unterwegs sind, die finde ich weird. Oh mein Gott. Warte, ich mache es wieder unterm Tisch. Das war nice. Zum Glück ist der rechte Arm gut trainiert, Freunde. Kannst du keinem erzählen. Dicke, was, Mann? Welche zwei sind das? Bro, die Twitch. Das Game bugt gerade, Chad. Real talk. Ja, ja, alles klar. What? Ey, Chad, real talk. Wusstet ihr, was ich schon immer mal trainen wollte? Wie ist es, wenn man erst die Milch reinmacht? Digger, wenn er das macht. Wir machen das jetzt. Jürgen, das wird sich so falsch an. What the fuck? Man weiß auch nicht, wie viel Milch. Das macht gar keinen Sinn. Das ist ultra unpraktiv. Ist das wack, Alter. Das ist so scheiße, Digger. Es ist einfach so scheiße. Wie ungeil. Die sind gar nicht mit Milch voll. Tusten mit richtig fetten Eutern. Das ist das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Nach meinem Run. Das ist der fucking Run, Jungs. All in auf Ja zu gehen ist so fucking easy Profit. Easy Profit, Bro. Easy, Chad. Es ist so easy, hier Profit zu machen. Egal, ich will jetzt mal, wenn ich versuche, euch zu überzeugen, dass es sich lohnt, bei Mario Kart Run wirklich auf den ersten bis drin zu gehen. Real talk. Und ihr es mir einfach nicht glaubt. Nie so einfach. Ja, für alle, die auf Ja gesetzt haben, ihr seid ultra lost. Ihr werdet alle eure Punkte verlieren. No joke. Hätte mir jemand das als Kind gezeigt, Junge. Ich glaube, mein Kopf wäre einfach explodiert. Ich könnte, actually, das ist so gut, dass es ein Personal Record werden kann, Chad. Oh mein Gott, let's go. Come on! Oh mein Gott! Bitte! Shut up, Wiesel. Oh Mann! Bitte! Oh mein Gott! Bitte! Bitte! Fua! Ich muss mich konzentrieren. Digga, das ist echt, echt absolut hart. Bowser auf den richtigen Spike zu werfen, oder? Bro, man muss ja nicht jeden mögen. Ich mag zum Beispiel euch nicht, Chad. Oh mein Gott, wir haben gerade einen Krankenrun. Das läuft zu gut gerade. Wie kann man so Müll sein? Digga, wieso klingt das immer wie so ein Nickelodeon-Serien-Sound-Effekt? Ach, weil es das ist. Ich schaue übertrieben gerade. Ja, wusste ich nicht, Chad. Wusste ich nicht. Big Time Rush, okay. Big Time Rush habe ich immer, wenn... Ich sage, ich will den Stream um halb anfangen. Und ich fange den Stream um halb an. Aber Chad schreibt trotzdem viel Slate-Man. BORI-FERF! Der ist es. Der ist es. Der ist es. Shut up. War es ein Toggo oder ein Nickelodeon-Kid? Ich war nur ein Kicker-Kid. Ja, nee, aber meine favorite Seite auf Reddit ist ziemlich simpel. I don't know. Hentai, Enemy, Fuck. Zum Beispiel. Erinnerst du dich nur an deinen ersten Blowjob? Oh mein Gott, das ist ein Trauma bei mir. Also jetzt gegeben oder bekommen? Digga, nicht gegen einen Brojob. Ich hasse. Ich finde Hass. Das war jetzt nur Hass. What the fuck? Ich bin gerade richtig sauer. Das ist das Clash of Clans Charakter-Outfit von ihm. Das ist einfach... Da sieht er aus wie ein Charakter aus Clash of Clans. Das ist einfach so ein geiles Cosplay. Ich liebe es. Das ist nur Hass. What the fuck? Ich bin gerade richtig sauer. Dieser Riese. Oh, da war es. Da war es. Da war es. Und ich bin aufgerüstet. Drücken. Okay, Clash of Clans. Chat, sorry, dass ihr alle besser Englisch könnt. FAUF! Was? No joke. Jetzt war real rap, Chat. Ich glaube, ich finde es wirklich cool. Hätte ich auf meiner Beerdigung irgendwas lustiges draufstehen auf meinem Grabstein. Der Typ war verdammt hässlich, aber er war fucking cool, Bro. Das ist wichtig, dass die Leute sagen. Er war überträglich hässlich. Holy shit, jetzt können wir es sagen. Damn. Auf meinen Grabstein steht einfach He was our little Pogchamp. But now, but now he, 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 Das kommt danach, Chat. He was our little Pogchamp, but now he dead is fucking lame. Was ist denn einfach, wenn man einen Grabstein hat und da ist einfach nur das Fields Dankman Emote drauf? Würde passen, oder? Aber er war ganz nett, I guess. Bisschen nervig auch. Actually, kenne ich ihn nicht. Wer ist der Typ? Der Typ war noch nicht überhaupt so. Hm. Äh, äh. I, da kam mehr raus. Uuuh. Hypothetisch gesehen, was denkst du von Leuten, die mit 21 Jahren noch Jungfrau sind, geschweige denn noch nie den ersten Kuss hat... Mega cringe. Nein, Digga, WTF. Voll normal. Das musst du doch wissen, Digi. Machst du einen Speedrun? WTF? Ja. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Doch, doch. Äh, eins zu eins. Ja, shut up, shut up, shut up. Digga, warum Groundpounen ist denn hier immer? Nee! Ich finde es schön, dass du dir, obwohl das Ding schon älter ist, so viel Zeit lässt. So kann man es viel besser. Bei dem ganzen Speedrunner. hahaha WAAAAT Das ist der Schlecht, das ist der Rubella Jetzt die Wall-Kicks hahaha FUUUCK Machst du auch Speedruns, Shaxx? Digga, Mario64 ist nicht so mein Game, real talk Mario64 ist nicht so mein Game bin ich ganz ehrlich, aber Breath of the Wild ist actually immer noch ja, da bin ich halt gut drin, ne? Also, Chad, Breath of the Wild Speedrun ist halt fucking schwer, ne? Du musst so viele Perfect... So... Okay, wahrscheinlich ist das bei jedem Speedrun so, aber du musst so viele Sachen so perfekt timen. Ist das bei jedem Speedrun so? Ja, ach so, okay. Was willst du jetzt peddeln? Willst du mir jetzt erklären, wie es Speedrun geht? Du hast einen Speedrun in deinem Leben gemacht. Okay, Chad, machen wir... Okay, welche geilen Games kann man denn noch speedrunnen? Breath of the Wild, Minecraft... Breath of the Wild, Minecraft. Geht beides. Fortnite. Chad, was für Fortnite-Speedruns? Hollow Knight-Speedrun? Das geht? Alt-F4. Oh, mein Gott, Mario, du dummer Noten. Summer! Mann! Are you winning, son? Mann! Nein! I'm not winning, son! Wen willst du euch verarschen? Wen willst du euch verarschen, Mann? Du spielst genau so, wie du... Oh, Sub-Sound? Chad, wollen wir Are you winning, son? Wollen wir wieder reinhauen für den Sub-Sound? Jetzt Real Talk. Wollt ihr Are you winning, son? Wieder reinhaben als Sub-Sound? Subt ihr denn auch? Ne. Siehst du, das ändert, Chad, das ändert überhaupt nichts. Das ändert überhaupt gar nichts, ob ich da jetzt einen anderen Sound reinhau. Nimm deine Version davon. Are you winning, son? Das einfach, Chad. Are you winning, son? Chad. Bist du am gewinnen, Sohn? Bist du am gewinnen, Sohn? Bist du am gewinnen. Bist du am gewinnen. Vielen Dank.